Wow, was für ein Feuerlöscher. Ist doch ein Feuerlöscher, ne? Äh, nochmal kurz umsehen. Haben wir hier irgendwas? Da hinten? Das... Ne, da ist nichts mehr. Okay. Okay. Okay, ganz ruhig. Es ist schwer, zu verlieren, wenn du so nah bist. Es lebt noch. Warum lebt es noch? Was ist mit den anderen Waffen? Seh ich nicht. Du bist ein Fynn, um hier zurück zu kommen. Stuhlter Mann. Eine Frau-Sniper, hm? Wollt ihr nicht, dass zwei-thirds der Welt's größten Assassins sind Frauen? Willst du jetzt sterben? Oder nach deinem Mädchen? Wie wird es sein? Ich sterbe, nachdem ich dich töte. Du. Ist das richtig? Well, zumindest hast du Spirits. Ich bin Sniper Wolf. Und ich töte immer, was ich an. Ich habe schon fast gedacht, was sie ist. Oh... Du bist mein... ...specialer Geist. Habe es? Oh, ich habe meine Marken auf dich verlassen. Ich werde es nicht vergessen. Bis ich dich töte. Du bist du. Du bist all I think about. 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 Ja, das ist mein Fynn. Mein Fynn. Ich glaube, die Dingerchen schwören ein bisschen beim Untertitel. So ganz zitzend. Kannst du mich hören, Sonnensnake? Ja. Ist tougher, als ich dachte. Wissen Sie, wer ich bin? Ich wusste immer, dass ich einen Tag dich treffen würde. Ich bin der Mann, der was mir rechtlich mine stammt. Der Mann, der mein Kind meine Kindheit. Ja, Lüchen. Mein Freund. Ich bin der Mann, der du alles gut gut von mir stammt. Und jetzt, nach dem Verbruch unserer Brüder, nach 30 langen Jahren, und jetzt, die zwei von uns treffen. Der Brüder von Licht und der Brüder von Dunkel. Du brauchst auch DNA? Ja. Ich will ein Samplem während er noch nicht жив. Wir brauchen die Mutations Genome Genome. Wir brauchen die Mutations Genome. Dann werden wir sie können? Nein. Wir müssen uns immer auf den Dn. Big Boss. Big Boss. Sie haben noch nicht gegeben? Noch nicht. Sie werden nicht gegeben. Sie sind alle Hypocrites. Jeder von ihnen. Ist das deine Meinung? Das ist ein Kurd? Sie immer die Politik zuerst. Das ist richtig. Das ist weshalb sie wollen, dass sie keine Lüge über ihre preciousen, neue Nukleairen. Boss. Es sieht aus, wie unser Freund ist wunderschön. Hallo. Liquid Snake. Was ich? Das ist. Das ist wirklich. Genau. Das ist. Was ich? Was ich? Also was ich? Sie sind nicht reagiert. Wir haben den ersten Mal in zehn Stunden geplant. Verdammt die Amerikaner. Sie sehen, dass du sie falsch read hast. Was ist lustig. Normalerweise die Amerikaner sind die ersten Leute zu den Negotiating-Tabeln. Sie müssen denken, dass sie etwas auf ihre Sleeve haben. Also, es kommt zu, hat es? Wir werden das Nuke launchieren und das alles in die Geschichte fahren. Ich habe noch ein paar Launch-Prepare. Du bist hier in charge, Ocelot. Was für dich? Willst du bleiben für die Show? Ich bin nicht interessiert. Es ist Zeit für die Familie. So, du möchtest deine Wolves für meine Show, oder? Ocelot, nicht wie du mit der Chief bist! Ja, ich weiß. Das war ein Vergnügen. Ich dachte nicht, dass ein Pencil-Pusher wie ihn so schwer wäre. Well... Seine Mental-Defenzen wurden durch die Hypnotherapie gegründet. Boss, was über das Ninja? Er hat zwölf Menschen getötet. Whoever er ist, er ist ein Kind von Lunatik. Der Bastard hat meine Hand. Wie könnte er in hier kommen? Vielleicht gibt es ein Spy among uns. Mantis ist dead. Wir müssen auch wissen, was hat Baker zu töten? An Octopus? Wir sind kurz. So, mach das kleine Torture-Show so kurz wie möglich. Torture? Das ist eine Interrogation. Als du möchtest. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally. Just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. Glad to hear that. This is some bed, alright. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The Colonel? No. By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy. If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Wolf must have been feeling generous. But if you want her to stay that way, you better start answering my questions right now. If you were holding one card key, where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. No. I see. No problem then. We're going to play a game, Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear. Just give up and your suffering will end. What if you do? My girl's life is mine. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches zero, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using autofire, or I'll know. I'm going to run a high voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared. Good. You should be. Okay. Let's get started. Let's get started. Okay, here we go. How did you like that? Shall we go again? Or, the more heat. Or, the more heat. The more heat. Had enough yet? No, give her. We're not finished yet! Super. Habe ich auch nicht erwartet. Du bist ein starker Mann. Das ist genug für mich. Du bist der Bruder, was da los ist. Du bist der Bruder. Du bist der Bruder. Du bist der Bruder. So, so. Tschüss. Bis später. Hä? Sieht aus, wie ich einen Freund habe. Die Maden. Der DARPA-Jiefer. Was macht der eigentlich da? Ihhh, dieses Geräusch. Von dem Maden. Hört ihr das? Boah, dieses... Gesundheit. Gesundheit. Die Wälder. Sie hat meine Klappen genommen. Halt da rein, bitte? Halt da rein, bitte? Halt da rein. Halt da rein, bitte? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, wir haben ja nichts mehr außer das hier. Ähm... Ich bin am überlegen, warum, warum haben wir... Snake, bist du okay? Ja, geht so. Ich bin besser. Was ist Mera? Wer ist denn nochmal da? Hier, der Mörd. Warum haben wir seine, ähm... Sein Code noch nicht? Die Regierung hat entschieden, nicht zu ihren Anforderungen zu geben. Wir versuchen, noch mehr Zeit zu kaufen. Komm mal, Colonel. Warum stoppen dich schlafen? Ich bin sorry über Meryl, aber ich will jetzt die Liege zu Ende. Was sprachst du denn? Metal Gear wurde um einen neuen typischen Nukleär-Wahrzeug, nicht wahr? Hm. Oh. Oh. Ich bin ja heute Morgen. Der Präsident hat nicht gegründet über das Projekt Rex. Need-to-Know-Basis, ist das die Idee? Das sind die Zeit sensitiv. Selbst die Sub-Kritical-Nukleär-Tests sind ziemlich schwer. Plausible Deniabilität, oder? Ja. Und morgen, der Präsident und seine Russische Unterpart sind bereit für den Start-3-Akord. Ich verstehe. Das ist die Grund für die Zeit. Das stimmt, Snake. Und das ist warum wir diesen Terrorist-Attacken werden. Wir haben noch nicht die Zeit, oder die Themen von TMD. Das hat sich mit dem Präsidenten, und die Welt der Welt als die Super-Power-Amerikasie. Also, Patriotismus ist deine Begründung für die Constitution? Bitte, Snake. Just stop sie. Warum soll ich das? Weil du nur der König, der kann. In diesem Fall, erzähl mir die Wahrheit über diesen neuen typen Nukleär-Wahrzeug. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht die Details. Ich glaube nicht. Wenn die Situation so sehr wichtig ist, warum nicht sie sich nicht auf ihre Begründung? Lass sie ihre Begründung haben. Siehst du? Oder ist es ein Grund, dass du das nicht tun kannst? Das ist etwas, was du mir nicht sagst. Das ist ein Grund, dass der Präsident sehr gut ist. In der Opposition zu den Eugenikern. Wir wollen nicht die Existenz der Genome-Armee gehen. Und das ist die einzige Grund? Ansonsten. Huh. Die Hölle mit ihr. Ich bin behofft. Der corps von DARPA-Chief liegt hier neben mir. Oh man! Aber es ist auweil. Er sieht, wie er es erinnert wie er seit. Er hat ihn verletzt seit Jahren. Und sein Wirt hat es auch erneigt. Er ist eine evitthete Kastellin. Dräink. Vielleicht um der Denzetegriff-Bereichentwahrzeug? Ich keine Ahnung. Aber der Herr-Chief bloß am in den Begründung vor. Genau. Aber er hat bereits angefangen, um sich zu entdeckten. Was könnte es alles sein? Was in seinem Blut, das sie wollten? Ich schaue es. Nur die Nanomachines und der Transmitter. Der Chef hat ihnen gesagt, dass er seine Detonation Code ist? Ich glaube, so. Es sieht aus, dass sie beide Code haben und fast bereit sind. Damn! Ist es eine Art, um es zu verhindern? Es scheint, dass es ein Typ von Überraschungsgeräusch gibt, das kann die Detonation Code auszulocken. Es ist eine Art, die die Armmstech installiert hat. Sie müssen sie mit drei Spezial-Card-Keyben. Und wo sind diese Keyben? Ich habe eine von ihnen. Ich weiß nicht, wo die anderen zwei sind. Besonders, ich bin hier. Wir haben keine Wahl. Lass uns die Keyben. Deine Priorität jetzt ist, um sich zu zerstören, die Metal Gear selbst. Sorry, dass ich alles in deinem Kopf habe. Aber das ist alles, was ich habe. Was? Meryl, richtig? Ja. Ich werde sie retten. Danke. Ich werde sie nicht mehr erreichen. Warte, Snake, bist du okay? Die Kinder sind für dich so gefährdet. Es ist wohl so schuldig. Ich habe viel schlimmer durch, glaub ich. Wow, du bist wirklich ein Hörer. Es ist eine gute Sache, dass der Kodak direkt zu deinem inneren Ehr konzentriert ist. Du kannst uns jederzeit kontaktieren. Es ist immer schön, zu hören, dass du okay bist. Warum nicht den Körner kontaktieren? Wenn jemand einen Weg nachdenken kann, dann ist es ihn. Ja, haben wir ja schon. Bitte, Nick, nicht aufzunehmen. Nicht aufzunehmen? Ähm, Master? Normalerweise, wenn ein Soldat in den Prisoner genommen wird, sollte er nur den großen Vier. Das sind Name, Rank, Serialnummer und Date von Birth. Aber du bist kein alter Soldat, Snake. Ich will nicht, dass du ihnen nichts sagst. Glücklich bist du genug, um zu resisten. Okay. Deep Throat wird wahrscheinlich nicht rangehen. Ja, das war klar. Gut. Ähm... Jetzt. Wir sind halt. Jetzt können wir uns hier ganz schnell verstecken. Was zur Hölle machst du? Nee, das geht doch noch nicht. Ja, sorry. Gut. Jetzt dürfen wir hier so ein bisschen Zeit verbringen. Wir sind ja hier eingeschlossen. Hör auf da rein, will du? Ja. Ja. Aber... Der geht, soweit ich weiß, gleich auf die Toilette. Nimm gesundheit. Steck mich ja nicht an. Dies war Nassel. Hör auf. Hör auf. So ist gut. Ich beobachte dich. Hör auf. Hör auf. Du bist in Wirklichkeit gefangen, nicht ich. 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 Jetzt ist aber mal gut. Du bist doch. Wer dreimal ist, ist doof. Was er schon vier, fünf, sechs mal genießt. Bist du doppelt und dreifach doof. Haha. Ja. Ich. Ich staune auch, dass diese Spawn-Dinger... Ja. Weiter geht's. Ja. 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 Ja klar. Es ist voll schön. Na ja dann mit. Gäbs mehr. Nö, gib her. Ich kann noch. Zum Glück. Ich dachte schon, es wird langweilig hier. Dezent am Ausraschen. Dankeschön. Wir leben in eine schlimme Zeit. Imperialism, totalitarianism, perastroika. 20th century Russia hat its share of problems, but at least they had an ideology. Russia today has nothing. They're struggling between freedom and order, and with that struggle a new spirit of nationalism has been born. The Boss has a close friend high up in the Russian government. He's currently the head of Spetsnaz. He's agreed to purchase this new nuclear weapons system. The hind was just a down payment. So you're in this for money? I don't need money. I want Russia to be reborn. To lead a brave new world order. Gut. Ab in die Zelle wieder. Tschüss. Bis später. Yay. Wir haben es wieder geschafft. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020